Mein Name ist Beat Kaufmann und ich führe das Tonstudio CREATEK. Noch folgt ein paar Videobeispiele von Anlässe und Konzert. Zum Schluss noch ein Beispiel mit Originalton. Keine Frage, ein Handy hat die Ton- und Bildmässigung hier keine Chance. Geist in der Zeitung. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!